Die Gimorre fragt in Shabbos, kuf la medala do medalef, mahu le gabin. Zu den Megmen machen Khez von Milch Shabbos. O Marley Osser mit Tornisht. Fregt die Gimorre, fah was tomen ich bachen kin Khez? Maichne Miliche, schmyontef Megmen doch kneten Teg, nehmen Mel und machen von dem Teg, später backen und machen von dem Chale, und essen. Fah was doorten Megmen und do tomenit? O Marley Osser Mlejefscher. Doorten kem men ich machen von Nechten. Pascham o Marley Tveye, wie loben frische, wie le heint kneten, heint backen und heint essen. Macheink in Hoche Bishasa, macht Khez. Ich kem men machen von Nechten. Sie die selbe Sache, wie mich macht von Nechten, und das nicht ärgern wie macht von Nechten. Sie fällt gut in die Frischkeit. A viel hat erotnisch in anderen Käse, hat will machen Khez heint. Ist kennen, kann man sich nicht? Do steht damit Tornit. Amit ist nicht Mather gewesen, dem Ganzen, dem Ganzen machen heint. Wir bald damit kennen das nicht. Wir bald können uns Torn vernerten. Jeden Sachas, im Kämpfen Torn vernerten, kämen wir nicht Torn heint. Azei Paskander alter Rebbein, in Shulchanoruch, in Simen Tovkuf, Yud, S'aif Yud-Alef, ein Oisin Gwino, Biyom Tov. Lepi shehfshela, sehsehmeherav Yontef. Erkendos tomfu Nechten, val Khez, Nechtikeiz, beser wie ein Tike. Wenn alle kennen das nicht Torn, kämen wir nicht Torn kinkes, kämen wir nicht machen kinkes, schab Yontef. Und das ist nicht nur wegen Kes, nur dieselbe Sache, es ist bei allen Melloches, was wir kennen das Torn von Nechten, kämen das nicht Torn heint. Wie wir sehen, der Rambam, Paskand in Pirik Alef, Al-Oche, hei, von Hilchus Yontef, kol Mellochos, sehfshela, hei Osses, meerev Yim Teiv, weleih ihie bohefseid, sehzeh nicht Pater, midav nicht Torn kinkim Frishe, weleih chissor, im Nasis mei beerev, sehfelt nicht in dem Tahn, bishas bemacht, was von Nechten, Osruhachomim, laasais, Eissa, biyomteiv. Afalpishin, lezeh achilleh. Paskand azeh der Rambam, und azeh Paskand teheh der Al-Tereba, Nisht Norwegin, Kais, norale, melochas, wasmkein, tomfu nech, tommenishton heint. Wiederalte, rebeb, ides, masbir, in simen, tov, tsadik, hei, seif, wov, Aber es gibt auch die Wäscher, die in den Tiefen haben, die kein Wäscher und kein Wäscher und kein Wäscher und kein Wäscher, wenn er in den Tiefen war. Und er hat gesagt, dass die Wäscher die Wäscher, die wir in den Tiefen haben, nicht nur eine Drei-Frütt. Und er hat auch eine Kampot gemacht. darf man das aufkochen, später kiehlt sich das Sop und beschasse sich in Kalt in das Geschmack und mit der Kampot tormen das nicht anionter weil die Kampot, was man macht von Nechten, ist nicht ärger wie die Kampot, was man macht ein Adrabe, schämtev im Jezert, schien es bachlumiert mell die selbe der zweite Dugma der dr. Ossur-Lolus biehntiv, Dover, Schreiber, schumkilkultam, im hoionilich, bearev, mi bearev yontiv kegain mashekerin beloshen askinaz vrimzlin ubarzeinen lokshen vishas miknetu mimach defun lokshen, tommendis nicht ton yontiv, weil mikenn ist ton von Nechten und Nechtike lokshen ist besser virev yontike von Wazel-Lorston heint vrein kolkriyetse bose vosita kiderta vose hachomim homge asert zokter weiter insiv zain lomo osru dovorze gzero shem oimna od milas es kom meloch es eichel nefesh scheefsheli lasseis en erav yontiv mir vaisen nadar sederiz amik kochtem esen naf yontiv vare yontiv gehten zuha gishmak jesude ober imissel als kenan ton yontiv vater di tog von er yontiv dogen arbeten aimi daf kochen yontiv das hain zain 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 machen teig unkochen un 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 mach lokshen mach machen di 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 kese un mach di kom pot als ton fame lato nicht om gzai taf sim rasyontiv daf hat hat gesagt die sachen was man kent ton vernichten und se verliert zain nicht machen vernichten und ich mach ein aus n da bon zain hallo brengt an andre du moyes aber die hallo du moyes es brengt zain lok bese er mal red en di pot i se 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 mut kese bo bald red di pot Das ist alles, was es besser für die Nächte ist, wenn wir nicht mehr in den Meilen machen. Wie ist es besser, wenn wir heute machen? Sogt er auf dem, in dem zweiten Kettav und Seif, hey, aber Mutter Lollus, wie die Gemara sogt er, mit Knäten und Läppis und Backen, mit Schächten und Kochen, wo sie nicht mehr in voraussicht haben, damit sie an Problem machen, gibt es dann, dass sie sich zurückgehen lassen. So soll es ein Liebeschatz geben, ein Liebeschatz geben, dass es ein Liebeschatz darin gibt, und als Ihr Kühe, ein Liebeschatz geben. Und als Ihr Liebeschatz geben. und ein Liebeschatz geben. Denn Sie können nicht mehr. Man sagt, dass Sie sich nicht mehr. Aber wenn jemand einen Schwenken frisch ist, dann kommt der Schicht auf den Schäden, wenn man losgeht, wenn man losgeht, dann kommt der Morgen. Das ist nicht so, dass ich ihn schmack, wie er schafft, und gleich kassiert man, und gleich kocht man, und gleich essen man. Wir haben hier schon, wenn wir in der Feier sind. Die Feier sind in den nächsten Nacht, die sich zu Hause halten, und die Störseefiel. Wenn jemand einen Schwenken frisch ist, dass er einen Schwenken frisch ist, er will mit dem, weil er nicht so gut ist, sondern er will nicht so gut sein, sondern er will nicht so gut sein, sondern er will nicht so gut sein, sondern er will nicht so gut sein. Das ist der Dinn, wo er steht in dem Mord, und in Rambam, und in der Schlagung der Kirche, und von Kirche lernt er nicht so gut, er will nicht so gut sein, dass er nicht so gut sein kann, sondern er will nicht so gut sein. Und er will nicht so gut sein, Die Kirche kommen vom Jungen an. Er sagt, dass er nicht so gut sein kann, sondern er will nicht so gut sein und dass er das machen soll. Wie sagt er das? Er sagt nicht, dass er von Schinui hat. Er sagt nicht, dass er von Schinui hat. Er sagt, 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 dass er von Schinui hat. Und wenn ich mit dem Modich klopfte, dann habe ich zwei Schleuchte. Ich habe die Kälte von unten und da unten liegt die Tavelin. Und dann habe ich mit dem Hammer von ihnen klopfte. Ich habe es zu reib. Ich habe es zu tun, dass ich mit dem Hammer von ihnen verstehe. Wir haben Melach, als er will zu klappen, Melach reinkt in den Käffnchen zu rieben. Aber er hat ein Stück Melach gewonnen, um die Gewalt zu heiligen, in die Suppe. Aber er darf das zu klappen, zu reiben und reinwerfen. Der Melach kommt nicht mit dem Mordischen Ewen. Er darf es mit dem Mordischen Eiz machen. Der Hammer ist nur ein Holz in den Hammer. Nicht von Stein. Für was? Das ist ein Ratsch. Ich frage die Gewalt, was ist der Kiel zwischen Tafeln, was mir mega viel mit dem Hammer von Stein, und zwischen Melach, was mir nur mit dem Hammer von Holz? Einfach die Gewalt, die Kohl hat Tafeln mit dem Hammer, als ich es machen von den Nächten wird ein bisschen fehlender Tag. Ich nehme Knobel zu knappen Nächten und die Hand einschütteln, für noch Probleme, aber auch in dem Tag wird fehlender Tag. Also, wenn ich nehme an die Pfeffer, und ich will zu knappen Nächten und reinlegen Hand, wird fehlender Tag. Maschenken beim Melach, in der Tafeln, 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 der Doch es gibt einen Traum. Die Idee ist, dass das Eberschiff an einen Stock in Hefset darf man machen als Schiene und nicht, dass wir mit Freier gerettet werden, bei Wien und bei allen anderen Sachen, was dort man im Ganzen nicht. Aber es darf nicht passen, dass wir früher Masken machen als Schiene. Das ist der zweite Idee, aber der zweite Idee. Wir haben eine andere Idee, die mit dem Ganzen nicht geschehen werden muss. Der Ganzen ist, dass der Fall, der von uns genutzt wird, durch ein Geschen. Und der Fall der Fall der Menschen, der von uns genutzt wird, durch ein Geschen, das Geschen nicht, muss man machen als Schiene. Wie otros. Jetzt... Was? Eismag? Komm mal, ich lege es, ich lege es, mutter es an die Schiene. Ja, ich möchte nicht sagen, dass sie nicht schmecken. Wie die Gemeinde sagt, dass sie nicht schmecken. Nein, 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 nein. Und der Altrebi Masbira, das ist nicht der Klau für alle Meloches. Sie nicht nur lege es, nicht an die Schiene. Nicht nur bei Diches Melach. Viele Sachen müssen es nicht schmecken. Die Bibel sind nicht nur bei Diches Melach. Sie können nicht alle Dinge im Diches Melach sein. Was stoke, Licht, nicht nur bei Diches Melch. Sie kommt einfach an der Schiene. Die Bibel sind der Schiene und der Schiene. Die Bibel sind von der Schiene. Für alle Menschen, die Menschen, die sie liebten, sie liebten, nicht in der Schiene zu machen. Sie liebten sie, nicht in der Schiene. Das ist ein Bedeut, aber es gibt auch ein Bedeut, sondern auch ein Bedeut. was michein tonf und nechten darf man michaner sein spätzer zogter insivov die alle zachen was michein tonf und nechten tommen nicht is wo zogt man am ihmegion wo zogt man amitornit wo zogt man amitornit wo zogt man amitornit schtelzerev dem demachzizhashakel apyrisch efen mogen avron und zogt nistapackti bedovor se tev jeser im nasa meerev jemte im mutter bjemte vl bishinui ken zayn ader shinoi helft baazach was michein tonn nechten michein tonn heimte ob ripsi noch besser nechten dort neuf tnshkishine und melern to sopfen dem was digimore dort neuf tnshkishine und melern to voss dapark gwinne schteteh dort amitornit tajt tu izder al terebe in de letzte shure im eisi eisi eneisi gwinne lefishev selasheis meerev jemte vavos lefisha gwinne yeshono teivom achadoshah maashenkel kum vgundokhin zogt zelft asinoi vavos daf mehmeshane zayn baasio sem medir achel kumter in sivov zogter obadi alle sachen voss teivim jeser kshin isbashel meerev mail azevi akampot odder azevi lokshin tomenit eneisi neshteyt ni tas oag affervoz zogter shay ischan im jesr teivim dosis mere vea chazak vse vse her vse kih zelft shini s vse om vse neem tanim pashish nish lenni az zion tif vacih repish magma vaz vse le kaz za zay nye dar vse si su vegetables loose mal zelo Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann haben sie die selbe Sache. Jemand darf die Maschine machen. Da kommt rein eine große Perle. Wir haben geredet wegen dem Dien, als doch hin, wenn wir mit dem Klappen eine Tafel hin, wie das Salz, was wir kennen, haben wir nach oben im Geyser gewesen, als wir das machen mit der Maschine. Wieso war es? Als ich will zu Klappen mit Tafeln? Ich habe ein Stück Salz und ich will es zu Klappen. Oder ich habe ein Tafeln und ein Knobel, ich will es zu Klappen. Ich darf mich doch zeigen. Ich darf nicht sagen, ich darf nicht sagen, ich darf nicht sagen, ich darf nicht helfen, mit Schirr up. Der Schirr, jeder Schirr, der sie macht, macht das Aschle in der Abonne, nicht die Reise. Doch mit der Bedrocke, wenn sie nicht lahmt, aber die Bedrocke haben geschaut. Der Schirr, der Schirr, der zirr, die Janschlahahah, ist Tomenin ganz nicht, was Sie beginnen? Gefinnen mir da modem Sordina mit Gittakuk dem Dinn in Shabbos und mir sehr wenn der Rebbe im Masber in Simen Schinkhof Alech Siebzayn hat Zorich Loduch Pilpelim bis Shabbos Mutor Lichter ist Eise Beshin Gordel mit Dach Halki Gein Bias Sacken Und sie haben mir zu klappen und haben mir das Gerät und haben mir einen Hammer von Stein oder einen Hammer von Holz. Da ist noch eine größere Schinneu. Wo ist der größere Schinneu? Wo ist ein Messer? Ein Messer hat ein Händel. Der Händel ist Holz. Ich nehme dem Holz, dem Händel von dem Messer und zu klappen. Den Pilz. Das merkt man. Das ist eine größere Schinneu. Das ist eine größere Schinneu. Das ist eine größere Schinneu. Aber wie macht man das? Durch die Reise. Hast du gemacht das Schinneu? Wie wäre das Mutter? Wir haben gesagt nur eine größere Schinneu. Und wenn noch andere sagen, sie sind nicht genug. Noch eine größere Schinneu. Was ist noch eine größere Schinneu? Wir sagen weiter, S naturel. Und wir sagen, wir haben noch eine größere Schinneu. Nur in den Tischtennissen. Wir finden die Schinneu, der Top, der uns klappt. Wir müssen nur mit dem Händel von dem Messer und nicht mit dem Top reinlegen. Wir müssen auch auf die Schinneu, sein und nicht mit dem Teller reingen. Das ist noch eine größere Schinneu. Aber was helft das nicht nur erschienen, wie wir mit dem Sto-Meiner Tehrer? Ich tell es, er hat sie mit dem Schibol-Leh-Leket. Er ist so, dass sie in Siemen-Tzadik-Beiz, und sie ist so, wie die Kassel-Lehfe. Kieben, der Bedarki-Chai-Ev-Mischum-Teich-Ein. Aber sie ist so, dass sie hier, aber es ist so, dass sie nicht mehr. Aber sie ist so, dass sie nicht mehr. Das war der Schlauch. Das ist kein Schlauch. Den Schlauch mit der Handel von den Meisten sind das nicht ganz wichtig. Das ist ein Schlauch. Der Schlauch ist, wie es schon einmal erwartet, dass offensichtlich D'Artmann Der D'Artmann auch nicht wieder nennen. Der D'Artmann, die auch noch in der Handländer der Bibliothek waren. Das ist ein Schlauch. Der Schlauch steht auch noch an den Schlauch. Das ist ein Schicksal. Und wir haben hier ein Teller, nicht in der Top. Zuprechen die Teller. Zuprechen die Teller, aber das ist sicher. Es gab alle Schinoe, mit allen Schinoe, haben wir alle Mutter gewesen. Aber in einem Schinoe, sie machen die Reise. Die Reise, die Reise, auf der Schabbat. Was ist bei uns, ist nur ein anderer Parche. Sie haben selber Diche und selber Sachen mit der Schinoe und haben die Schinoe genommen. Oder wir machen die Schinoe genommen, so können sie ein Handy aus der Hand nehmen. Sie müssen, viele, dass sie an die Hand nehmen. Die Räder von einer Eid, die Schinoe an der Schinne, die Schinoe, die Schinoe, die Schinoe, die Schinoe, der Karte, die Schinoe, wir machen den Karte, es gibt kein Kleppene, Und es wird es beurteilt. Er hat einen Klepp. Das ist ein Klepp. Das ist ein Klepp, das ist ein Klepp, ils kennt er also hier, und er ist ein Klepp, also der Klepp, die Leute der Kleppenen weißen die Kleppen, um sie über den Klemmen und sie verlesen, weil sie eine Klepp aus der Holler Eine Art ist ein Zeug eines Schminus, ein kleineser1 für uns ist das eine Schmutz. Eine Art ist kein Zeug aus der Kinder. Sie hat sich eine Schminuhr von der Portale in der Europäischen Union mit der Toch sind. Aber das ist ein Schmutz. Man kann es auch eine Schminushekotene. Dann kommt ein Schminushekotene, dass man eine Schminushekote ist, dann ist die Schminushekotene, der hier eine Schminushekotene, die auch eine Schminushekote, und dann ist das Schminushekote. Das hier, dann ist es bei Öben Kattesch, und dann ist das ein Schminushekotene. mit dem der Dost Guffe mit dem Gauk mit dem Teller und dem Firtus und dem Ermittler kann man die Ermittler einen solchen Zachen und Shabbas was hier am Jungen ist nicht so Zache wenn die Ermittlungen machen wir, wir haben es auch in Zache Vielen Dank.